Kein Grund zum Jubel für diese Bauern. Das Berliner Verwaltungsgericht hat gerade ihre gemeinsam mit Greenpeace angestrengte Klage gegen die Bundesregierung abgewiesen. Drei Ökobauernfamilien und die Umweltschutzorganisation sahen ihre Grundrechte wegen einer verfehlten Klimapolitik verletzt und forderten die Einhaltung der Klimaschutzziele. Das Gericht hielt die Klage aber für unzulässig. Bei dem entsprechenden Kabinettsbeschluss im Jahr 2014 habe es sich nicht um einen verbindlichen Rechtsakt gehandelt, sondern um eine bloße Absichtserklärung. Vielleicht gibt es ja einen nächsten Schritt. Positiv ist auf jeden Fall, dass es eine sehr große Aufmerksamkeit bekommen hat. Ob die Landwirte oder Greenpeace Berufung vor dem Oberlandesgericht einlegen, haben sie noch nicht entschieden.